Mundum-Semikolon-Gliches Krankheitssymptom Nickerchen können das Demenzrisiko erhöhen. Das wollen Schlafforscher der Uni Washingdon herausgefunden haben. Denn der erholsame Tiefschlaf setzt nur während längerer Schlafepisoden ein. Wenn sie sich tagsüber hinlegen, kann das ein Symptom für eine gefährliche Erkrankung sein. Mit nur einer Frage könnten Ärzte auf Risikopatienten aufmerksam werden. In Tiefschlafphasen verarbeitete das Gehirn Erinnerungen. Sie lassen Menschen mit einem erfrischten Gefühl aufwachen. Die Forscher der Washingdon University School of Medicine in St. Louis haben nun herausgefunden, dass Menschen, die weniger Tiefschlafphasen erleben, höhere Werte des Dauproteins im Blut aufweisen. Das Protein wird in Verbindung gebracht mit Hirnschäden und abnehmenden kognitiven Leistungen. Für die Studie beobachteten die Wissenschaftler eine Woche lang die Schlafgewohnheiten von 119 Menschen, die 60 Jahre alt oder älter waren. Da waren ein Großteil, 80 Prozent, der Untersuchten wies keine, 20 Prozent leichte kognitive Beeinträchtigungen auf. Demenz und Alzheimer werden oft synonym verwendet. Die Alzheimerkrankheit ist aber eine spezielle Ursache der Demenz, die für rund 60 Prozent der Erkrankungen verantwortlich ist. Demenzsymptome sind Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, genauso wie Persönlichkeitsveränderungen. Jene, die mehr schliefen, hatten dabei keine bessere Schlafqualität. Vielmehr sah es sogar so, dass jene Probanden nachts und tagsüber mehr schliefen, die erhöhte Tauwerte aufwiesen. Sie hatten aber weniger Tiefschlafphasen, ihre Schlafqualität war also schlechter. Mit der einfachen Frage wie häufig schlafen sie tagsüber, könnten Ärzte deshalb Alzheimer-Risikopatienten einfacher und schneller ermitteln. Wenn sich Schlafgewohnheiten verändern, könnte das für die Ärzte ein erster Hinweis auf Alzheimer sein. Die Wissenschaftler selbst sagen, die Frage kann Gehirnscans und weitere klinische Untersuchungen nicht ersetzen, jedoch dazu beitragen, Alzheimer frühzeitig zu erkennen. Die Forscher gehen davon aus, dass schon Jahrzehnte bevor Alzheimer-Symptome wie Gedächtnisverlust und Verwirrung einsetzen, erste Veränderungen im Gehirn beginnen. Laut der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft sind in Deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Alzheimer ist dabei die Hauptursache für Demenz. Je älter Menschen werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Wenn sie über längere Zeit an schlechtem Nachtschlaf leiden, sollten sie einen Arzt aufsuchen. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. E. I. J. R.